Hallo meine Freunde, willkommen zu meinem Video, meine Freunde, wie Nimo Nimo erzählt, wie er seine Texte damals im Gefängnis geschrieben hat, auf Papier, meine Freunde. Er hatte so einen Ordner damals, wo er 2012 für den Knast war, wo er die geilsten Texte geschrieben hat, Respekt an Nimo, Mann. Dass du heute reflektierst, über die Zeit redest und wie du uns alte Texte zeigst, Mann. Nein, ich wüsste nur, wie viele deine Welt-Hits entstanden sind in einer Nacht, Mann. Du bist anders als Kappi, Mann. Du schreibst nicht fünf Songs in einer Nacht, schreibst Hits in einer Nacht. Das ist viel besser, Mann. Also Respekt an Nimo, Mann. Die Größe geht raus. Du, dein Boss-Army ist auf deiner Seite. Komm, wir sind zum nächsten Thema. Lohidana wünscht sich zweites Kind, Mann. Ist okay, Lohidana, kann ich verstehen. Du willst so Mutter sein, das finde ich cool, Mann. So Frauen, die eine Familie gründen wollen, feiere ich. Du, dein Boss feiert sowas. Ich weiss, ich respekt. Du wirst mir immer sympathischer. Nach dieser Petra Z-Sache dachte ich, es ist Ende mit dir. Aber die Sache macht dich wieder sympathisch. Okay, meine Freunde, das war's wie den Video früher zum Boss. Aber du gleich nicht vergisst, meine Freunde, und tschau, Mann. Wird nicht weg von hier initiative. Da ist hier immer wieder vor. Oh, scheiße. naam happened. Und da geht's. Und da geht's.